Mein Name ist Christoph Gröninger, ich komme von der A&F Systems AG aus der Schweiz und ich war zum einen hier um einen Vortrag zu halten und zum anderen durften wir gestern den Innovationspreis von 2021 entgegennehmen, was uns sehr gefreut hat. Das ist der Grund meines Besuchs, weil die Dokumentensynchronisation, um die es in diesem Vortrag hauptsächlich ging. Auch der Grund war, wieso wir den Innovationspreis bekommen haben und es sich um ein Feature handelt, das für sehr viele Unternehmen sehr große Bedeutung haben könnte und deswegen sollte man sich das unbedingt ansehen. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier. Es gab sehr viele interessante Vorträge, sehr viele sehr unterschiedliche Vorträge. Das Networking ist natürlich genial. Viele Unternehmen haben auch mal die Möglichkeit sich mit seinen Mitbewerbern zu unterhalten auf einer anderen Ebene, abends bei einem Bier und das fand ich sehr spannend. Der Preis, den wir gestern bekommen haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, weil es eine Anerkennung ist für unser Projekt und für unsere Arbeit und für das Unternehmen bedeutet sehr viel, weil es eben der erste Preis dieser Art ist und wir können jetzt neben den Kollegen aus dem Redaktionssystembereich, die ständig Preise absahnen, auch mal einen Vokal in den Glasschrank stellen.